Wie oft du Alter sagst, das ist so lustig, Alter, Alter. Weißt du woran du merkst, wenn ich nur noch scheiße labere? Wenn ich 300 mal Alter in einem Satz benutze, dann labere ich nur noch scheiße. Alter, 12 Uhr. Ja, ich weiß, ich weiß, 12 Uhr, Alter. Dann mach ich mich jetzt mal runter. Ich will mich jetzt verarschen, oder was? Ich tue mal Spiele mal neu starten. So. Also, 12 Uhr, genau. Wir veranstalten ein Gewinnspiel. So, jetzt kommt für alle, die schon ungefähr eine Milliarde Mal gefragt haben, endlich mal diese Info. Wir veranstalten ein Gewinnspiel. Zum einen habe ich vor kurzem 25.000 Abonnenten erreicht. Und zum anderen hat unser Clan, der Derb Squad, vor kurzem 250 Likes auf Facebook erreicht. Und da haben wir uns mal zusammengesetzt, überlegt, was können wir machen, wie können wir irgendwie ein bisschen was zurückgeben, wie können wir Danke sagen, wie soll das aussehen. Was laberst du wieder, Babo? Mach weiter. Genau. Also, einfach mal zu Punkt 1, auch im Namen vom Derb Squad. Leider ist Olli im Moment nicht hier, kommt aber später eventuell nochmal nach. Also, wie gesagt, auch im Namen vom Derb Squad, aber auch in meinem eigenen Namen. Vielen, vielen Dank für die tolle Unterstützung für mittlerweile 25.000 Abonnenten. 250 Likes auf Facebook für die Clan-Seite. Geile Community. Ich kann es nur jedes Mal wiederholen. Es macht echt mega, mega, mega viel Spaß. Sehr, sehr cool. Als ich mit YouTube angefangen habe, hätte ich mir so eine Zahl echt niemals vorstellen können. Ich meine, ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. 25.000 Menschen. Das ist schon echt eine deftige Menge. Das ist nicht ohne. Von daher vielen, vielen, vielen Dank. Und genau, um das gebührend zu feiern und euch natürlich auch für den tollen Support, für die tolle Community was zurückzugeben, haben wir uns überlegt, es gibt dieses kleine Gewinnspiel. Ihr könnt gewinnen. Drei Chibi-Figurines, also die Real-Life-Chibis als Sammelfiguren. Da sind dabei der Smoke, die IQ und der Montagne, einen Download-Code für Play Unknowns Battlegrounds und zweimal je 10 Euro Guthabenkarte für eine Plattform eurer Wahl. Also entweder so ein PSN-Guthaben, Xbox Live-Guthaben, Steam-Guthaben oder auch eine Paysafe-Card. Genau. Es gibt also tatsächlich sechs Gewinner. Ja, wie funktioniert das Ganze? Also es ist im Endeffekt ganz einfach. Wir machen das mit gleam.io, ist so eine Seite, da kann man solche Gewinnspiele umsetzen. Ich poste euch gleich den Link da rein. Ihr geht einfach nur auf diesen Link und erfüllt mehrere von diesen Aufgaben und gebt eure E-Mail-Adresse ein, dann seid ihr automatisch dabei. Nächste Woche Samstag um 23.59 Uhr endet dieses Gewinnspiel. Heißt, ihr habt jetzt quasi eine Woche lang Zeit, da mitzumachen. Alle, die jetzt im Livestream dabei sind, haben quasi einen Tag vorab Zugriff jetzt schon drauf. Für den Rest wird der Link morgen veröffentlicht auf Facebook nochmal und so weiter. Also falls ihr ihn auch nochmal angucken wollt, wird morgen alles nochmal veröffentlicht. Genau. Ihr geht einfach nur auf diesen Link, folgt den Instruktionen, erledigt diese Aufgaben, gebt eure E-Mail-Adresse ein. Name, Vorname, Nachname und so weiter. Ja. Und dann seid ihr quasi im Lostopf. Und nächste Woche Samstag um 23.59 Uhr endet dieses Ding. Und kurz danach schüttet diese Webseite uns einfach aus allen Teilnehmern random sechs Gewinner raus. Und diese sechs Gewinner haben dann die sechs Gewinne gewonnen. Klingt das irgendwie logisch? So, ich poste jetzt einfach mal hier diesen Link rein. So. Der Link ist auf jeden Fall jetzt oft genug im Stream-Chat. Ich habe ihn jetzt auch gerade nochmal in die Stream-Beschreibung mit reingehauen. Und so könnt ihr jetzt quasi einfach mitmachen. Ich habe ihn jetzt auch gerade in die Stream-Chat.